Attection! Attäktchschnn! Att physiological! Wir brauchen die Felste! Woohoo! Bam 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 Bam! Entschuldigung, der wirft. Wirft! Wo ist denn du was denn? Na hier, wo soll ich sein? Tja, nun haben wir drei Pilze. Ich find die cool. Ja, ne, die kann man aber nicht essen. Aber anscheinend doch und dann... ...Psycho-Trip. So, also du... Erst zum Spuk-Schloss. Mit den neuen Pilzen. Hier gibt's auch wieder verschiedene Ausgänge. Der eine Ausgang führt uns zu der Pik-Paf-Kanone da oben. Du erzählst mir Geschichten. Ja, und hier links ist gleich was. Huuu. 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 Hä? Warte, wir vermissen hier eine Tür. Huuu. Vermissen wir das? Da war sie doch. Hä, da bin ich doch gerade... Ja, wir sind aber weiter gesprungen. Achso. Huuu. 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 Sie sind so kreativ in ihren Einfallen. Ja. Jeder weiß, nein. Aber gleich ist, glaub ich, das links. Huuu. 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 Da. Ja, sollte man eine A drücken, wenn man nach unten fällt? Das ist unglaublich. Ich meine, wer hat dir das erzählt? Ein Vögelchen? Wahrscheinlich nicht du. Ja, anscheinend nicht. Da geht's nach oben. Was? Das hab ich nicht gedrückt. Geschweige denn bestellt. Huuu. Ich hab A gedrückt. Huuu. Du musst da links rüber noch. Ich hätte feine Beine. Aaaaaaah. Drücken. Du musst aber nach links drücken, ja? Ich hab wieder aufgestürzt. Wie springt man? Was? Ha, so. Ja, jetzt stehst du da. Ne, ich hänge an der Stange. Das ist ne Schnur, Mann. Das ist schon schlimmer, Mann. Das ist ne Schnur, Mann. Das ist ne Schnur, Mann. Schnur? Also Schnur vor allem, weißt du? Ja, die ist unfest gemacht. Achso, das ist ne Schnur. Ein Seil quasi. Achso, ein Seil. Ich dachte, das wär jetzt so ne Schnur, weißt du? So ein Faden, den man benutzt, um Jacken zu nähen. Ähm, nur halt Jacken für Riesen. Riesige Jacken. Ja, das ist wahrscheinlich... Das hier oben, das... Nein, das könnte man eigentlich auch nicht als Schnur bezeichnen. Das ist ein Seil. Boah. Achso. Du bist gleich nach oben gekommen. Ja, da kann man nichts machen. Na doch, muss man hier und dann... Boah. Ne, man muss einfach warten, bis er wegguckt. Naja, aber... Hä? Ne, man muss sich hier runter droppen lassen und dann weggucken. Also du musst auch hier runter quasi. Auch gut. Wetten nicht mehr safe gelandet? Unwahrscheinlich. Wobei, da unten ist irgendwo was zu spüren. Ja, ja. Das war die letzte Münze, glaub ich. Wer weiß das schon. Wupp, 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 wupp. Nimm doch das. Ja, ja. Das war einfach nur... Vollkommen logisch, was hier abgelaufen ist. Nein, nein. Ich will... Uah. Egal, es ist alles vom Weg. So einfach macht das nicht. Wupp, 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 wupp. So, hier müssen wir aber einfach runter. Geh mal hier runter, wa. Und dass du gehst vor. Nein, wir müssen hier rein. Nee. Hier sind wir nicht, ne? Oh. Da unten. Da unten, ja. Warte mal nochmal zurückkommt. Kann man hier stehen? Man muss es. Huh. Es ist aber die Supertür, ne? Ja, ich weiß. Nehmen wir sie mit. Ne, jetzt ist egal. Jetzt kommen wir nicht drauf. Wieso nicht? Wie denn? Hä? Wie denn, hä? Durch. Oh, warst du hier irgendwo dabei? Einer muss nach links gucken, einer nach rechts. Du bist so klug. Ja. Vielleicht geht's schneller. Der ist einer zwischen uns. Das ist problematisch. Das ist immer problematisch. Jetzt geht's los. Ich glaube nicht. Gluck, 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 gluck. Schieß, 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 schieß. Oh. Oh. Da kann man nach links rüber. Sehe ich genau. Scheinen die alten Weiden so grau. Boah. War mir klar. Aber musste man eingehen. Das ist basically. Ach ja, stimmt. Das brauchte man jetzt. Ach, da, da, da. Hast du die Münze? Ja, ja, siehste doch. Seh ich doch, Mann. Kann man hier voll abräumen, nehme ich. Auch den Super-Riesen-Buh. Oh, da war es vorbei mit mir. Ja, nehme ich mir einfach mal alles. Ja, mach mal, mach mal hier. Nein. Niemals. Andere Seite war was Schönes. Nix. Ist das schön oder ist das schön? Ich find's super. Gebt mir das Herz auf. So, da musste man hier sogar den Extra-Weg gehen, um alle Münzen zu sammeln, ist das verrückt. Ja. So. Schön. Kameradschaftlich. So. 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 Das müsste funktionieren. Das ist wie ein Item-Slow. Ja, der da rechts. Ach ja. Wo wir jetzt nicht hinkommen, weil wir ja zur Kanone kommen. Ja. Um uns ins Level Schießmichtor zu schießen. Ja, schießt mich tot. Das ist sehr lustig. Ja, absolut. Speichern? Gibt's nicht. Okay. Nein, es ist nach dem... Nee, eigentlich war er nach dem Haunted House auch. Was möchtest du sehen? Nein. Guck's Let's Play. Doch, wir haben das letztes Mal gemacht. Das wird dann irgendwann demnächst jetzt kommen. Jetzt drehen wir hier mit der Kami. Ja, ich versteh's auch nicht. Weißt du, was ist denn das hier? Community... Willst du dir nicht ein Mikrofon schnappen? Ja, genau. Mach mit. Beim nächsten Mal, liebe Leute, wenn ihr wollt, ist die Kami mit dabei als Kommentatorin. Was? Die können auch mitspielen. Also ich meine... Ja, das ist natürlich noch viel cooler eigentlich. Drück mal A. Mach mal so. Hier geht's nach rechts runter vielleicht. Ja, es geht nach rechts runter, hast du recht. Ah, na gut. Was? Ich drücke ständig A. Aber A existiert nicht, weißt du? Gott ist tot. Ja, ja, Gott ist im Regen. So. Daisy liebt Donald. Donald liebt Daisy. Was? Ich bin ja voll drin. Hier kommen Sachen raus. Ich bin voll in, ja. Für mich kommen Sachen raus. Dann geh ich nach unten. Die Kamera macht das vielleicht nicht. Irgendwas ist geschehen. Krass. So krass. Oh nein, jetzt bin ich hier drin aber gefangen. Oh, da komme ich... Oh nein. Aber hier war doch schon irgendwo, glaube ich, ne Mütze, oder? Ne Mütze. Das ist so lustig. Gibt's ja Affen, die einem die Mütze klauen? Geh mal da nach oben. Also nach links da. Geht das nicht? Da ist... Achso, da nach rechts. Siehst du es da? Ja, ja, du musst da rein. Ja. Geht aber jetzt nicht mehr. Das ist scheiße, wa? Oh, jetzt geht's aber wieder. Das ist schlau, wa? Ja. 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 So. Hier ist dann die erste Münze drin. Super. Vor allem so einmalig aufgereiht. Bin fast verquetscht worden. Cool. Huh. Oh. Oh. Jetzt kriegst du aber nur rein. Das hast du schön gemacht. Ja. Da geht er durch. Ja, mach ich. Yippie. Jetzt geh ich da durch. So, krieg ich auch was. Furchtlos. Flieger. Grüß mir die Sonden. Du hast... Problem. Ja. Oh, Würmer. Oh, Würmer. Oh. Oh. Hör mal! Ich will eine Stunde hier Abendbrot essen oder so. Also? Ja, das ist dein Problem. Das ist mein Problem, ja. Weil die ja nicht mit dem Essen auf mich warten können. Deniz weiß das. Deniz weiß das. Bloß weil du immer vegetarisch essen musst. Ja, nicht immer vegetarisch. Wir wollen nicht immer vegetarisch essen. ... nein, jetzt wiegt dir doch keiner. Ja, doch. Du 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 asurable Sagts? Än. Mach mal jetzt. Ist ja gut. Naja. Ich glaube wir hätten warten sollen damit. Ach. Worauf denn? Worauf soll denn kommen? Die Sonne? Die Fliege. Hier hätte es was machen können, nä Hm? Ja, es ist ja. W Time cheville? Ähm, ja? Kugel tötet die Gegner, was tötet mich, macht mich klein, mein Leben, das ist vergeben an die Kugel. Das soll jetzt nicht sein. Was, ich bin doch bar. Paraka. Paraka. Paraka kommt und. So, das muss man hier warten. Ja, ja, das muss man warten. Hast du gut gemacht. Ich hab doch nicht gemacht. Doch, du bist auf das Ding gesprungen. Wie kommen wir denn jetzt am besten? Mit der Kugel. Die hättet eigentlich alles frei. Ah, mein Blödsinn. Haben wir die Hälfte schon erreicht? Das war eigentlich, oder? Ich möchte jetzt zu sterben. Na dann los. Nö. Haben wir die Hälfte schon? Ja, haben wir. Du bist durchgegangen. Ich hatte Eiskraft. Ja, ja, so war das. Darf man den Powerblock quasi gar nicht aufnehmen? Oh, nein. Doch. Stimmt, der Powerblock ist eine Falle. Der haut ja die Kugel weg. Ja, ja. Ja. Ja.